So, liebe Leute, da sind wir wieder. Wir haben's 5 Uhr morgens bei CSGPS 2. Und ich sage wir, weil der Pox ist mit am Start. Ich bin noch da. Hurra. Hurra. Aber, ich guck gerade mal, also ich kann nur meinen Tisch hochheben, den Rest nicht, ne? Aber jetzt, nachdem das Fahndungslevel ja jetzt beim letzten Mal endlich raus ist. Ja. Verdammt, ich brauch hier ja gar keine Pfeile, ich brauch hier so einen Knauf, ne? Was ist Knauf? Ja. Ich geh mir jetzt dann erstmal wieder eine Pfeile suchen. Aber du könntest nochmal kurz schlafen. Eine Pfeile kann ich dir geben. Achso. Ja, schlafen geh ich, ich liege. Achso, warte. Jetzt. Ähm, ich brauch so einen Griff, brauch ich. Das ist ja toll. Weißt du, was ganz interessant ist, wenn du mit irgendwelchen komischen Sachen in der Hand, äh... Ah, da. 90 will er dafür haben. Alter, du bist ganz schön teuer, ne? Das weißt du. 90? Ja. Ist nicht jeder so billig wie ich, du. Nicht du. Die wollen echt 90 für so einen blöden Griff haben, damit ich mir so einen... Es ist schweineteuer. Ja gut, dann kaufe ich dir mal so einen ab. Ey, Milo! Gib mir mal so einen Griff. Das kann ich mir eine Schaufel machen. So, Pinsel werbe ich weg. Kannst du übrigens Bettlaken abziehen, hab ich gerade festgestellt. Ja, ja, und kannst die dann, äh, über dein Gefängnisgitter hängen. Gut. Ich dachte, ich erzähle dir jetzt mal was Neues und dann, äh... Nö, nö. Ah, danke für die Info. Außer, dass noch eine Pfeile ist bei mir im Pult. Äh, ja, hole ich gleich. Ich habe jetzt schon eine. Jetzt habe ich auch wieder eine Schaufel. Meine Schaufel lässt ja das schön drin. Ich muss jetzt erstmal frühstücken. Oh, Entschuldigung, dass ich noch nicht pünktlich beim Frühstück bin. Mecker, mecker, mecker. Wirst du gleich jetzt mal wieder als auffälliger, ne? Wer wurde denn da schon wieder verprügelt? So, Hayden. Heflingskleidung. Ja gut. Komm, Heflingskleidung, besorge ich dir. Ich habe gehört, du warst draußen. Ein Auslieferungsfahrer. Was ist praktisch denn? Was sagst du da? Habe ich mich verkürt? Schade. Könntest du vielleicht so tun, als wärst du einer? Ich habe ein paar Bestellungen für Kunden fertig. Okay. Liefere Frucht an Milo. Ah, jetzt bin ich hier der Drogendealer. Na, ganz toll. Eine Frucht. Ich finde das Spiel echt toll, ne? Also, was man hier... Also, klar, man könnte ja sagen, hier gibt es noch ein bisschen mehr Freiheit, ne? Aber, hm. So, warte mal. Was brauche ich denn für die nächste Stufe von Schaufel? Das wollte ich nämlich mal gucken. Äh, die erweiterte Schaufel da. Was brauche ich denn dafür? Oh! Tape und Wellpapier. Okay. Ich brauche also nochmal wieder neues Tape. Okay. Okay. Der hat Dosen. Offenbar ist Dosen bei sich. Äh, soll ich für dich nochmal meine Zelle markieren, vielleicht? Ja, nein. Ich sehe die ja hier. Handschaufel. Uh. Das ist natürlich nicht... Ähm. Die packe ich mir bei... Auch mal ganz kurz hier bei mir rein. Ich markiere die mal mit dem roten X. Ja, ich... Ich... Weiß doch. Ich kenne deine Zelle. Ja, aber ich habe sie trotzdem mal markiert. Mit dem roten X. Du könntest deine mal markieren, weil deine... Wird mir jetzt hier angezeigt als, äh... Da, wo das neue Haus ist. Da ist das Tape. Das ist bei nur noch Wellpapier. Kann ich mir eine verstärkte... Ist der Wachmann? Ich nehme einfach die Decke von irgendjemandem mit. Das macht da auch noch eiskalt. Heute Nacht schläft jemand ohne Decke. Vielleicht kommt er ja zu dir kuscheln. Oh nein. Verdammt. Hast du geguckt, wer es war? Vielleicht verstehst du dich ja beispielsweise gut mit Milo oder so. Ach so. Alufolie. Aha. Entschuldigung, Herr Wachtmeister. Ich... Ich... Ich wollte hier nicht rumwühlen. Doch wollte ich, aber egal. Häftlingskleidung. Nee, die brauche ich nicht. Brauchst du einen Schraubendreher? Nee, ne? Ich habe einen, aber den kannst du mir... Vielleicht mitbringen. Nee, jetzt gerade nicht. Wäre ein bisschen ungünstig, ne? Was? Ich kann mit Panzertape irgendwas zukleben? Ernsthaft? Oh, mit dem Schraubendreher geht das viel schneller auf. Du machst nicht schon wieder Unfug? Natürlich mache ich Unfug. Ich habe jetzt meine Zelle zugehängt. Halt. Halt. Stopp. Ha! Ha! Ich bin oben in den Lüftungsschächten. Ernsthaft? Ja. Lass dich nicht erwischen. Wo hast denn die Leiter her? Ich brauche keine Leiterung. Muss ich nur auf deinen Tisch stellen. Du müsstest jetzt zu mir in die Zelle gehen und den Tisch wegstellen. Aber ich muss jetzt erstmal abchecken, wie ich hier am besten rauskomme oder wo ich da am besten hinkomme. Hast du deine Zelle denn jetzt mal markiert? Nein. Nein. Aber die wird dir doch als Haus... Du bist doch drin. So. Ich habe mal deinen Tisch weggestellt, ne? Okay. Gut, danke. Aber ich komme einfach nirgends jetzt. Ah, da kommst du gleich mehr runter. Doch, doch. Halt. Was kommt jetzt? Appell. Mittagszeit, Mittagszeit. Ich weiß schon, wenn du jetzt fehlst, gibt es Ärger. Ja, ich komme mal zurück. Ich komme hier eh nirgends hin. Ich glaube, ich muss das im zweiten Stock machen. Hier ist ein Computerchip drin. Ernsthaft? Hä? Vorsichtig. Aufpassen. Oh, hier sind Tote. Na, tot sind sie nicht, aber... Taschenbuch. Toll. Das gibt es nicht. Ich finde bei keinem Weltpapier. Also Blech. Pfeilen. Ich finde Pfeilen in Massen, ey. Schon wieder Tape. Jetzt geht es zur Arbeitszeit. Ja, ich bin schon da. Du musst wahrscheinlich wieder Bewerbungsgespräch halten, ne? Ja. Hat sich schon erledigt. Ich bin fertig. Ja, wenn du mit denen sprichst, dann bekommst du irgendwann auch eine Jobanzeige, ne? Ja, wie gesagt, ich habe ja letztes Mal einen bekommen. Aber mir geht es weniger um den Job, wie um das, dass ich... Das ist irgendwie nach oben schaffe. Und hier ist so ein Einzelraum, das ist gut. Ich will hier raus. Und das noch in dieser Aufnahmesession. Glaubst du es selbst nicht? Glaubst du nicht ernsthaft, dass du heute noch rauskommst in dieser Aufnahmesession? Oh, doch. Das hier ist mal Geld, wenn ich das wegmache. Tatsache, das gibt hier ist mal Geld. Geh da weg! Du siehst nichts. Was auch immer ich da gerade tue. Ah, shit. Hier kommt man auch nirgends hin. So, wo ist noch was? Irgendwo muss ich noch putzen. Lalalala. Irgendwo ist hier noch was dreckig. Aha. Boah, gut. Da war zwar kein Graffiti, aber entferne ich gerne. Ja, mach das mal weg. Ich habe meinen Arbeitssoll erfüllt und habe damit mehr Geld bekommen. Cool. Das ist ja nice. Ähm, brauchst du vielleicht, äh, haha, wie geil ist das denn? Sehe ich gerade, mit zwei Bettlaken kannst du, ähm, ein Seil aus Bettlaken machen. Ja gut, aber ich komme ja trotzdem nicht raus. So. Das ist Training. Ich frage mich halt, macht Ausdauer Sinn? Für was brauche ich die Ausdauer? Weißt du das? Nee, ne? Die Ausdauer? Dass du, wenn du was zum Beispiel machst, äh... Dass das nicht so schnell von deiner Energie runtergeht. Aber was darf du für Energie, ne? Ja, auch, wenn du abends was machen willst. Also, wenn du in deiner Zelle was machen willst, zum Beispiel. Ich bin zu müde. Und schon bin ich fertig mit Training. Lass es duschen gehen. Ich muss mich halt nach unten weggraben. Das darf halt keiner mitbekommen, ne? Nach unten, ja, aber das dauert halt zu lange, ne? Ja, deswegen mache ich mir ja eine bessere Schaufel. Damit es halt nicht so lange dauert. Okay. Und deswegen mache ich ja Aufgaben, damit ich von den Leuten Geld kriege, damit ich mich dann so entspreche, ne? Du machst die eine Variante, ich mache die andere. Ich versuche halt mit Gewalt hier rauszukommen. Warum nutzt du nicht einfach eine Pfeile und, äh... Machst du die Gitter an deinem Fenster auf? Ich habe keine Fenster. Tatsache, man hat keine Fenster. Oh, verdammt, sorry, ich war in der falschen... Oh, jetzt meckert der... Hier, Trupple, geht da raus! Da darfst du nicht sein! Moment, das hier ist eine grüne Tür. Heißt das, ich darf da hin? Ah, ne, da darf ich nicht hin. Schade. Oh, ich müsste wieder beim Müll arbeiten, das wäre einfach perfekt. Ach, da bist du ja. Was denn, was soll ich denn machen? Ich bin noch duschen. Ich habe in meiner Zelle geduscht. Ja, das ist das Problem, du hast halt nicht geduscht. Ich habe in meiner Zelle geduscht. Ich habe in meiner Zelle geduscht. Ich habe einen Teebeutel. Hey, hier kann man Tee baggen. Am Brotzeit. Nicht mal fertig duschen darf man. Hast du immer noch keine volle Ausdauer? Dann geh halt zum Essen. Das meine ich doch gerade. So, jetzt warte ich mal, bis hier jemand ist, der mir was verkaufen kann. Perfekt. Meine bessere Schaufel. Tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö. So, eine bessere Schaufel für mich. Ach, Box. So muss das sein. Eine schöne, leichte Schaufel. Gibt es jetzt noch eine höhere Stufe? Als diese Schaufel? Oh ja, Tatsache. Ach, nochmal das gleiche besorgen. Und zum Abschluss... Boah. So, jetzt haben wir Freizeit. Obwohl, warte. Oh. Oh, nein, 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 nein. Äh, ich grabe nachts. Oh nein, Tisch hinstellen. Oh. Oh. Oh, weg damit. Huh. Ha. Hey, Box. Das war genau bei dir. Was hatst du denn schon hier vor? Was haben Sie denn da? Ein Loch in der Bude? Nein. Nein, 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 nein. Herr Wachtmeister, nein. Das hat... Nein. Nein, nein, nein. Ich würde niemals... Nein. Also... Entschuldigung. Du darfst mich nur nicht zum Lachen bringen heute. Eine Brechstange. Wo kriege ich denn eine Brechstange her? Muss ich extra eine Brechstange bei jemandem kaufen oder was? Was ist denn das für eine Shit? Na gut. Damit könnte ich natürlich... Oh, ich bastel einfach mal meine Schaufel nochmal aus. Jetzt habe ich gleich eine goldene Schaufel. Uh. Also eine richtig gute. Also ich habe dann Schaufeln in Massen. Also wenn ich jetzt noch einen zweiten Schraubenzieher finden würde, dann könnte ich bei Nacht bei jemand anders in die Zelle reingehen. Ich sehe nur noch keinen Sinn dahinter. Ich konnte nicht dahinter kommen. Bippe. So. Okay. Also ich kann es noch nicht, weil ich erst noch lernen muss. Ich muss erst noch meinen Hirnschmalz einsetzen. Vorher geht das nicht. So, jetzt kann ich es einsetzen. Na toll. Jetzt kann ich mir endlich das machen, was ich suche. verstanden, 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 65. Ich glaube, bis 77 muss ich kommen bei einem bisschen, oder? Mehr geht glaube ich nicht. Jetzt bin ich ganz intelligent und hab 70. Ich glaube, das ist sogar sinnig, wenn man das Spiel anfängt, erstmal alles nach ganz oben zu bringen. Statt gleich auszubringen, bringt erstmal alles nach oben, was ihr irgendwo, irgendwie ansatzweise machen könnt. Verdammt, ich muss noch vorher duschen gehen. Weil, äh, Ambrozeit war ja schon. Schaden gefunden, wo? Lalalala. Schon wieder, du? Pax. Ausbrechen muss man heimlich. Na, ich lauf einfach so einem Guard hinterher. Wobei, das wär's da. Aber die haben ihre Decken nicht wieder, ne? Finde ich auch krass. Die schlafen jetzt wirklich gerade alle ohne Decke. Ich darf mich einfach in dem Außenbereich aufhalten? Ja. Also, nicht hier in dem Seitenstreifen. Siehst du das auf der Karte vielleicht, wo ich gerade bin? Ja. Ich mein, ich könnte ja bei Nacht halb nicht aus meiner Zelle raus. Ich komm dann aber nicht mehr rein. Es sei denn, ich find nen Tisch. Aber den kann ich nicht. Oh nein. Bitte nicht. Sag jetzt bloß nicht, die waren bei mir in der Zelle. Ich guck mal, wo sie waren. Nö, sieht nicht so aus. Weil Schaden repariert. Ja, die waren es halt wissen. Aber die durchsuchen jetzt wieder alle. Ja. Dammit. Und bei mir hängen halt einfach drei Laken vorne dran. Ja, bei mir jetzt zwei. Achso. Das ist auch überhaupt nicht auffällig. Nein, nein. Nein. Überhaupt nicht. Das ist auch einfach drei Laken. Das ist auch einfach drei Laken. Ja, ich weiß nicht, ob er mich da sieht. So, und. Ich hab nix gemacht, lieber Wachmann. Gut, ich glaub, ich kann jetzt graben gehen gleich. Obwohl, ah, jetzt mit dreier Stufe ist das richtig riskant, ne? Ich würd's nicht machen. Licht aus. Okay, gut. Ich leg mich schlafen. Ich würd sagen, wir probieren in der nächsten Folge, wenn das Level ein bisschen niedriger ist. Ich sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss.